Hallo! Hallo! Rutsche! Wooh! Also habe ich gerade ein Video Spiel gehört? Ne? Nein, auch klasse! Ich habe die Verschuldung, darfst du dich gut direkt? Oh, die dreh'n nicht, ne? Ja, leider nicht. Aber du warst doch irgendwo wo... Ich habe da auch gerade... Irgendwo habe ich ein Minispiel gehört da oben. Ja, ja! Ne, da oben war kein Minispiel. Oh, der hat da unten drunter wahrscheinlich, da wo du schon mal vorstand, schon zweimal. Shuffleboards? Ja. Ja, Minispiel. Schau los. Da ist es. Ach, du scheiße. Ach, du heilige Makrele. Kraftsam mit RT, okay. Was, was, was hast du zu machen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Anna, festdrücken und dann... Oh nein, zu falsch! Wir drücken und dann RT gedrückt halten und dann drückst du. Aber nicht zu weit, ne? Ja, okay, das müssen wir gleich nochmal machen. Hallo? Nein, das war zu weit. Nein! Ich habe keinen mehr. Den darf ich nicht mehr. Du musst gleich nochmal machen, auf jeden Fall. Ja. Jetzt rutschst du doch noch runter. Und, 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 und! Ja gut, äh. Du hast am Anfang nicht hundertprozentig gedacht, wie es ging. Ah. Ähm, okay, jetzt sind hier so... Oh. Ja, das ist ja mies. Oh, das war zu weit. Nein, du bist bei zwei! Du auch! Ja, ich bin bei... und... Da oben steht zwei. Bei dir. Okay. Okay. Oh fuck, der kommt mir zurück. Scheiße, der war kackt. Ja, du gewinnst. Das ist mein Spiel. Die Minispiele sind absolut meine Dinger. Ich bin zu doof für. Ja. Du kannst aber mit dem... Einen kann sie den anderen ansch... Oder hätte sie den anderen anschubsen können, ne? Ist egal. Nein! Na gut, dann kam auch wieder. Du hast nur noch so einen Punkt mehr. Ja. Alle drei Minispiele gefunden. Yay! Ja gut, das war jetzt aber auch nicht schwer, diesmal. Wir waren von Anfang an sehr offensichtlich... Oh. Geil. Schlittschuhlaufen! Wie dieses Schlittschuhlaufen so geil? Oh! Oh mein Gott! Okay, okay, warte, warte, warte. Komm mal zu mir, bitte, komm mal zu mir! Wo ist denn man... Nein, nicht! Oh! Ich kann den nicht. Okay, dann muss ich nochmal Schildkröten, wa? Hier ist noch eine. Meine. Ja. Oh, noch zwei Stück. Ich hab eine, die andere musst du finden wahrscheinlich. Ja. Das kann nur ein blaues sein jetzt. Frage, wo ist sie. Schild... Schildi! Wo bist du? Hä? Ist immer gut versteckt, die. Ach, du hast, okay. Hä? Okay, von hinten rum. Andererseits. Hey! Das muss das halt einmal kurz wenigstens. Jetzt? Erfolg! Hey! Oh! Warte, warte, warte! Die macht Musik! Okay. Ich hab gedacht, man müsste das nachspielen oder so was, weißt du? Ja. Interessant, okay. Wo ich gerne hin möchte? Kommen wir aber da hin? Auf dem Berg? Na, glaub ich, da in der Mitte, ne? Kommen wir nicht von da? Ja, nein, hier! Auf das andere Berg. Ja. Hier, auf diese Seite. Seil... Ganz nach oben müssen wir aber schon... Jetzt wahrscheinlich weiter für uns. Ich will gar nicht aus dem Eisschneepium raus. Ist schon lustig. Mal mit dem Schlittschuh laufen. Mhm. Ich will selber drehen, wie langweilig. Huiiii! Die Stadt! Nein, ich will nicht packen. Ich will nicht mehr. Wir kommen hier nicht an den Ring ab. Ja. Oh, voll die geile Aussicht, ja. Voll cool, finde ich auch. Oh, das ist so cool. Kugel. Verspringen. Hast du das? Hast du den die Wüthu das? Guck mal. Oh, klingt das, als ob wir mehr kotzen würden wie hoch? Weil der hier am Kotzen ist. Ach so. Ah, der kotzt ein Herz. Warum steht bei dir eigentlich die ganze Zeit abbrechen? Bei mir steht bei dir die ganze Zeit abbrechen. Schick mal B. Ich hab B gedrückt. Okay, ja gut dann. Hat der wirklich jetzt ein Herzchen? Ja, das sieht aus wie ein Herzchen. Oder warte mal, warte mal, warte mal. Haben die vielleicht alle andere Hühnchen, weil jeder ein anderes Hühnchen bräuchte, weil die Hühnchen verteilte... Nee, okay. Derjenige kriegt dann seinen Hund wieder. Ja. Wird ja sagen können, dass man die Hüte neu sortieren könnte oder sowas. Nee, jeder kriegt seinen Hühnchen. Schade. Drück mal B gedrückt. Halt mal B gedrückt, würde ich sagen. Und er rutscht gerade runter. Ja, gut. Hier? Okay, hier geht's definitiv weiter. Hier müssen wir wahrscheinlich. Ach, das ist scheiße. Ach, das ist scheiße. Ich bin jetzt von der Gage! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann mich auch ein bisschen freuen Ich kann mich auch ein bisschen freuen Alter Das ist das Video. Ja, aber trotzdem beschiss. War aber lustig. Ja. Was gemacht? Unser Lieblingsfreund. Oh nein, Wasserwelt. Ja, anscheinend. Wenn du gleich B drückst, dann machst du den Kopf hoch. Oh, der trinkt? Nein. Okay. Wir sind Puppen. Weiß man noch nie? Hier sehe ich nichts. Hier ist irgendwas. Hm, komm mal. Wenn du jetzt gleich nach links traust. Ah, jetzt links entlang. Da in das Loch rein, ne? Ich weiß halt nicht, ob es hier weiter geht. Vermute mal. Aber hier ist halt ein Taucherhelm. Ich denke mal, dass wir jetzt in den Taucherhelm reingehen. Ich glaube, hier geht es doch weiter. Ja. 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 Nicht nur über. Also über. Oh, wirklich. Ich verstehe. Okay, so uh, don't tell me, we're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course! Without sweetness our relationship will die! Yeah, right, just throw us some sweets and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms! Men, when was the last time you thanked Cody for taking care of everything in your home? Um, well, uh... And we have you shown me some appreciation for working overtime to support the family, huh, huh, huh? Uh, well, there was that time when... You know, exactly. Now, turn on the candy production and make the sweetness blow again! Die beiden hatten doch bestimmt noch wegen der Steuerklasse miteinander geheiratet. Wer weiß. Dann kam da so ein kleines Trotzblack raus. Oh, I get it! Oh, I get it! The lighthouse is the candy factory! Where should we go to the house? Where should we go to the house? Oh! Wait! That makes you feel comfortable! I can't just go to the house for a while. I will wait in the house if we can find out. Okay, here we go out, okay? Where are you? What here? We don't know. I know where I am. Okay, let's go out, okay. Okay, let's go out, okay? Where are you already? Where are you already? Where are you already? Was this here? Da ist das noch dann los, ich weiß nicht. Hier unten ist ein Ding, verläutert Farbbe. Oh, oh! Oh! Oh, oh! 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 Was denn? Ho-ho-ho-ho! Was denn? Tschüss, ben tot! Ja, mich hat er auch. Nee, ich bin nicht tot, aber du bist tot. Ja, mich hat er. Okay. Aber was ist das hier unten? Äh, wo ist ein X? Oh, hier sind seine Eierchen. Siehst mich nicht. Hihihihi. Auch nicht. Ich wette, wir müssen bestimmt gegen den Fisch kämpfen später. Boah, I hope. Hier ist irgendwo ein Lack und das müssen wir fixen. Wo ist denn das Lack? Ach, da hinten stimmt was raus. Ich wette, hier stimmt aber auch was oben raus. Oh, Fisch kommt, Fisch kommt. Ich kann mich gar nicht schnappen hier. Dann würde er voll in die Dings reinbeißen. Ja. Aber aus den ganzen Schrauben hier, ähm. Aber auch ein Pfeil richten. Hier, hier bei mir ist irgendwas. Was? Komm mal. Wo muss man denn? Was? Hat er dich erwischt? Du musst, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Oh mein Gott. Nein, ein bisschen höher. Ja. Alter, nein, nicht. Ahhhh. Das ist so zuf gemacht. Komm mal ganz kurz weg. Bitte. Ach. Weißt du, ich brauch diesen Fisch nicht. Nein, das Scheiße ist schon anstrengend genug. Was jetzt? Nein, ne? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er hat mich, er hat mich. Okay. Rechts ist er, er hat mich. Jetzt hat er zu mir. Wir wollen doch nur dein Territorium hier wieder retten. Ich brauche auf jeden Fall deine Hilfe. Alleine schaffe ich es nicht. Jetzt müssen wir in die Richtung schwimmen. Oh, ich bin zu weit geschwommen. Oh, ich bin zu weit geschwommen. Vorsicht. Lass mich in Ruhe, du Kack-Arsch. Gehen wir erstmal zu dem hier. Gehen wir erstmal zu dem hier. Guck mich in Ruhe. Aua! 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 Ja! Ich bin da dran! Achtung! Halt und zu, die drehe ich jetzt, oder? Ah, ok. Ok. Hier unten noch sonst irgendwas? Naja. Ist der Typ jetzt friedlich? Weiß nicht, ich drücke auf jeden Fall die ganze Zeit, ich glaube ich ein bisschen schneller schwimme. Hallo, kleines Fischi. Also hier ist nichts mehr. Dann müssen wir in die andere Richtung wieder zurück. Ja. Was ist hier eigentlich? Ja, wir sind Süßigkeiten noch mal ein bisschen. Jetzt auch, äh, Lieb... Hier kommt jetzt Süßigkeiten raus. Also wir müssen jetzt noch zwei Röhren reparieren. Alles klar, wer Schwert-Dings hier auch noch dran hat. Ich bin die ganze Zeit am Gucken wegen Minigames. Naja, es gab so drei Stücke hier im... Ah ne, jetzt ist ja kein Dorf mehr. Oh, ich bin jetzt aus dem Dorf. Komm mal, warte, 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 warte. Ich hab ein Mitspieler gehört von dir. Ja? Ja, stimmt! Ach du Scheiße. Hey Cody! Over here! Oh, ich hab auch falsch im Knopf gedrückt. Oh, ich hab ja schon. Ich hab halt die Möge, das war so. Ja, ich hab so vergeworfen. Oh, ich hab ihn nicht echt Angst. Ich hab auch die Möge auf mich geholfen. Ich hab ihn nicht Angst, aber ich war zu Nicht überrundet. Kann ich doch. Hä? Alles klar, wie schnell soll ich denn noch drücken, dass die nicht vor mir sind? Ich hab keine Ahnung. Hä? Drei Runden gibt es, okay. Ja, die NPCs, wir runden mich immer vor. Fuck. Hä? Ich laufe doch durch diese... Bist du jetzt vor mir? Ach. Ey, hör auf, mir die Dinger mal wegzunehmen! Entschuldigung. Auch, ich wollte nur noch. Genau. Hör auf, mir die Dinger wegzunehmen! Ah, jetzt hast du den schnellen Weg. Da war ich eben schon mal, aber... Da haben die anderen mich alle überrundet. Okay. Fuck. Überrundet, nicht überholt. Ey! Hey! Hast mich gewinnen lassen. Aber es geht voll in den Fingern, finde ich. Ja. Oh, ich verstehe nicht, wie die uns auf einmal überholen konnten. So, weißt du? Instant so. Hallo? Oh, hier hinten ist ne Höhle. Hm, nein, nicht nach unten. Hier bei mir aus ne Höhle. Aua. Ah ne, hier kommst du raus. Hier kommst du raus. Hier kannst du rauskommen. Hm? Okay. Weiß ich ja nicht. Ja, hier weit vorhin schon, aber aufgetaucht. Ach so. So. Aber irgendwo... Was müssen wir ja machen? Weiß ich muss jetzt erstmal ganz kurz... Ähm... Da hinten ist es. Da müssen wir... So. Aber... Was... Fange ich mir zu schlafen. Jetzt einmal folgen. Okay. Äh, komm mal... Okay, jetzt aber Ende mit folgen. Oh, warte hier unten! Warte. Was passiert, wenn ich jetzt loskasse? Ja, dann komm ich nicht mehr raus. Ah, okay. Oh, pass auf. Ist das Lava? Was ich noch machen? Mach, mach, mach. Oh. 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 Kannst du irgendwas noch machen? Ah ja, du kannst doch irgendwas ziehen da hinten. Oh, komm. Ah. Oh, komm. Weiter kann ich nicht. Ja, lass mal so. Ja, 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 ja. Weiter geht bei mir absolut nicht. Weg mal, hängt fest. Oh. Er muss gar nicht so weit nach hinten laufen wahrscheinlich. Da ist so ein Ding zum Öffnen und da ist etwas anderes. Da hat der Generator da oben. Warte mal, was für ein Weg? Weg runter. Das war jetzt noch schwer. Doch nicht so schwer. Doch nicht so schwer. Ja, für dich nicht. Ja, für dich nicht. Ah, jetzt ist auch hier offen. So, hier ist der andere Generator. Hier ist die dritte Röhre. Ja, 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 die ist bei mir hier auch. Okay. Ah, das ist die Röhre, die funktioniert, weil du die Sitzigkeit siehst. Achso, ich habe gedacht, wenn die rot ist, dann... Nee, nee, da läuft ja Süßigkeiten durch. Bei mir läuft noch nichts durch. Ist doch gut. Ich habe gedacht, das wäre immer, wenn rot ist, weißt du. Mhm. Es ist halt meistens immer so, wenn rot ist, dann ist er halt nicht. Ah. Hm. Ja. 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 Ja.